Die aktuelle Studie hat die Future Skills hervorragend erarbeitet. Nehmen wir das Thema Künstliche Intelligenz. Die Künstliche Intelligenz ist eine Kompetenz der Zukunft. Jetzt müssen wir allerdings schauen, wie wir diese Künstliche Intelligenz in das Unternehmen reinbringen. Da gibt es für mich drei Bereiche. Künstliche Intelligenz kommt zum Einsatz in der Produktion, in der Mensch-Maschinen-Interaktion, in der Anomalie-Detektion, in der AOND, in der Entwicklung von Produkten und der Implementierung von Künstlicher Intelligenz und im Vertrieb. Der Vertrieb muss dann Produkte mit KI verkaufen. Dort ist die Kompetenz der Applikation, das Applikationswissen für KI von entscheidender Bedeutung. Und am Ende heißt es, wir müssen die Kompetenzen individuell betrachten nach betrieblicher Funktion und hinter diese Kompetenz- und Trainingsprogramme für jeden Bereich hinterlegen.